In diesem Video geht es um Quallen. Ich erkläre dir, wie sie aussehen, wie sie sich ernähren, wie sie sich fortpflanzen und welche Bedeutung Quallen für das Ökosystem haben. Quallen bestehen hauptsächlich aus Wasser. Ihre Körper bestehen aus einem Schirm und langen Tentakeln. Der Schirm kann unterschiedliche Formen und Größen haben. Die Tentakel sind mit Nesselzellen bedeckt, mit denen sie ihre Beute fangen und töten. Der Mund befindet sich auf der Unterseite des Schirms und ist von Tentakeln umgeben. Sie sind in fast allen Meeren der Welt zu finden und haben eine erstaunliche Vielfalt an Formen und Farben. Quallen sind keine Fische, sondern gehören zu den Nesseltieren. Sie bewegen sich durch rhythmische Kontraktionen des Schirms fort. Einige Arten können auch schwimmen, indem sie Wasser ausstoßen. Die meisten Quallen leben im offenen Meer, aber es gibt auch Arten, die in Flüssen und Seen leben. Quallen sind in der Regel Einzelgänger, aber es gibt Ausnahmen. Einige Arten leben in Kolonien und bilden lange Ketten oder schwimmende Teppiche. Es gibt auch Quallen, die in Symbiose mit Algen leben und dadurch eine grüne Farbe bekommen. Quallen sind Fleischfresser, die hauptsächlich kleine Fische und Zooplankton fressen. Die Nesselzellen auf ihren Tentakeln sind sehr wirksam und können sogar menschengefährlich werden. Einige Arten von Quallen, wie zum Beispiel die Seewespe, sind für den Menschen sogar tödlich. Die Fortpflanzung von Quallen ist komplex. Sie haben einen Lebenszyklus, der aus verschiedenen Phasen besteht, die sich zwischen sexuellen und asexuellen Fortpflanzungsstadien abwechseln. Die meisten Quallen pflanzen sich durch geschlechtliche Fortpflanzung fort, bei der sich ein Weibchen und ein Männchen treffen, um Eier und Spermien zu produzieren. Quallen spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem des Ozeans. Sie dienen als Nahrung für viele Meerestiere wie Schildkröten, Fische und Vögel. Gleichzeitig können sie auch zur Überfischung beitragen, da ihre Hauptnahrung aus Fischen und Zooplankton besteht. Einige Arten von Quallen können auch zur Plage werden, wenn sie in großen Mengen auftreten und Strände verstopfen.